Hi Freunde, willkommen zurück in Software Inc. Hier mit unseren kleinen Stühlchen und ja, und so einem Zeug halt. Computer, Heizungen, Büchregalen, Pflanzen und Bilder fällen noch. Fällt mir gerade so auf. Wir haben keine Bilder. Hm, Bilder muss man nicht reparieren, glaube ich. Hoffe ich. Also setzen wir zwei Bilder über die Heizung. Und zwar hier, Bild. Dieses hässliche Bild da. Ich habe zwar welche designt, aber die kann man nicht einfügen. Wie so auch immer. Wenn ich hier jetzt Farbe ändere, dann können wir den Rahmen ändern. Ich muss beides markieren. Sonst bringt es nichts. Jetzt muss ich das eine wieder abreißen. Hm. So. Nö, ich will keinen Holzrahmen, ich will einen Plastikrahmen. So dunkelblau. So. So, dass bisschen andere Farbe mal reinkommt. Annehmen. Annehmen. Wird. Bisschen was dunkler ist und nicht immer so helle Farben. Sonst kriegt man ja da demnächst noch auch einen Krebs. Okay. Und was hatten wir vorgehabt? Eigentlich wollte ich Fuzzis anheuern, aber ich glaube, das lassen wir erst mal noch, weil sonst ist demnächst wieder Bankrott-Sache angesagt. Und ja, dann lassen wir es mal laufen hier. Oh, vielleicht noch eine Software einstellen, die wir entwickeln. Und zwar entwickeln wir Betriebs... Was hatten wir denn jetzt alles? Wo sind das? Doch, passt. Ich dachte, da ist nur ein L in alle. Ihre Releases. Achso, die gehören mir ja gar nicht alle. Scheiße, welche habe ich jetzt gemacht? Ich habe... Gaming und 3D-Architekt. Die beiden. Sonst nix. Nö. Skate Attack. Skate Attack 2. Okay. Großartig. Schlecht. Hm. Na gut. Dann ist es eben schlecht. Wie sieht es denn bei euch beiden aus? Hm. Ja. Und du bist scheiße. Du bist richtig scheiße. Hm. 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 Soll ich dich jetzt noch ausbilden? Design Audio wäre vielleicht nicht schlecht, weil Design kommt jetzt gleich als erstes. Wobei ich denke mal, ein Monat reicht. Und dann, die wird sie da schon selber irgendwie weiterbilden drinnen. Hm. So. Die ist da jetzt weg. Ja. Die ist weg. Gut. Software entwickeln. Wir machen ein... Andivirus habe ich gern gemacht. Audio-Tool. Hm. Spiel entschieden. Spiel. Betriebssystem. Browser-Game hatten wir. Und ein optisches Tool. Hm. Am besten wäre es ja, wenn wir nur mal ein Betriebssystem bauen würden. Aber das dauert dann wieder so ewig lang hier. So. So. 15 Leute, ungefähr 3 Jahre. Bei 2 Leuten sind es dann 20 Jahre, oder wie? Hm. Na dann eben nicht. Browser-Game. Machen wir noch, äh, machten wir eine Fortsetzung von dem einen da. Gaming. Vielleicht sind wir ja diesmal besser. Innovation. Optisches Tool machen wir hier. Den 3D-Architekt. Audio-Tool. Ach komm, wir machen erstmal ein Audio-Tool. Und zwar für... Welches hatten wir denn da? BotX war das, glaube ich. Kann das sein? Kann das sein, kann das sein, kann das sein. Für welches war denn das? Optisches Tool. Details. BotX, genau. BotX. BotX-Brix. Hier, okay. Und optisches Tool, nehmen wir unser eigenes natürlich. 3D-Architekt. Audio-Tool, wie nennen wir das denn jetzt? Oh, 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 oh. Musik aufnehmen und Qualitätssicherung auf jeden Fall. Innovation sehr niedrig, aber dafür bestmögliche Qualität hervorragend. Audio-Tool. 3D-Architekt. Und... Musik aufnehmen kann man. Sound. Architekt. Wir sind Architekten, nehmen Sound-Design. Und wir können es eigentlich auch gleich entwickeln, weil mehr brauchen wir eigentlich nicht. Bam. Und Markt. Markt natürlich. Radio, Zeitung, TV-Werbung, alles rein. Und Start. Los geht's. Sobald die da sind. Jetzt muss ich natürlich hier wieder Optionen. Das da. Das habe ich irgendwann mal ausgemacht. Das automatische Nachtüberspringen. Aber jetzt kann ich es ja wieder anmachen. So, designt wird. Werbung wird gemacht und es wird designt. Audio ist scheiße. So wie ich es mir gedacht hatte. Bist du auch in Audio-Scheiße? Du bist in Audio-Scheiße. Design. Oh, 284 möchte die alte Schnäpfe hier mehr haben. Okay. Ich werde dich jetzt aber auch noch in Audio kurz mal fortbilden. Wobei ich glaube, die sind eh gleich fertig. Also ist das eigentlich schon zu spät. Egal. Ich liebe es zu arbeiten. Du, du denkst gar nichts. Doch. Hey. Bleib doch da. Ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen. Und dadurch ist sie glücklich. Glücklicher als glücklich. Audio. Es geht besser voran als General. General. Und jetzt gleich, wenn der Fuzzi wieder da ist. Dann... Ich dachte schon, die ist wieder im Urlaub. Haha. Okay, Audio überholt gleich. Oder auch nicht. Nein, das... Das geht gleich schnell voran. Oder? Doch, Audio geht schneller. Ein bisschen schneller. Zumindest. Jetzt sind sie wieder weg. Und das sind sie schon wieder. Und dann entwickeln wir das. Dann können die das gleich in der Alpha reinkicken. Weiterentwickeln. Und dann irgendwann vielleicht noch dieses Jahr 1994 releasen. Da hört man die... Klicker. Das habe ich gar nicht gehört immer hier draußen. Also Sounds gibt's. Nur keine Musik. Ach so, die Tante ist ja jetzt wieder schlecht in Programmierung. Audio. Audio. Hä? Wo ist die jetzt? Im Urlaub. Das war ja klar. So, wenn sie aus dem Urlaub kommt, gleich mal einen Monat Fortbildung machen. Wenn ich einen Monat auf Fortbildung bin, dann bin ich ein Profi und kein... Ein bisschen weniger nur bei so, aber... Naja. Egal. 370.000 haben wir noch. Das ist schön. Hä? Hat da eine gekündigt? Oder wie soll's? Sind's da nur noch 3.700? Keine Ahnung. Ach so, hier hat ein bisschen Gewinn gemacht. Deshalb vielleicht... Nein, das da oben... Das war doch gerade eben noch bei 5.000 oder so. 4.000. Gut. Ach so, wegen Ausbildung, genau. Okay. Passt. Bist du eigentlich beim Design, äh... Programmierung, Auto, Audio... Auch scheiße. Ne, bist du nicht... Eigentlich nicht. Halb... Wächst gut. Aber auch nicht gut. Schlechter als die Tante hier. Qualität mittelmäßig. Und jetzt gut. Gut ist gut. Gut ist nicht sehr gut, aber gut ist gut. So, bist du denn schon wieder gelb? Was hast denn du denn? Die Tippen noch im Während, die ich Pause gedruckt habe. Dieser Raum ist dreckig, ja. So, ja, du brauchst natürlich einen sauberen Raum. Sonst geht hier einer ab. Oder sonst geht hier keiner ab. Hehehe. Äh... Eine Putsi kann die Hausmeister am besten auch gleich rufen. Und IT-Techniker werden wir jetzt rufen. Dann kann ich da gleich mal nach dem Computer gucken. Und die putzt noch mal hinterher. Und dann geht sie weg. Und dann ist auch schon der neue Tag irgendwann jetzt. Okay. Dann kann sie ja jetzt wieder Vollgas geben. Warum fahren die eigentlich alle gleiche Autos? Und sobald es geht, damit man da neue Sachen reinmachen kann, mache ich einen Monster-Truck rein. Einen, der auch zwei Spuren belegt. Und am besten noch einen leichten Wagen für die Kruftis unter uns. Hehehe. Oder einen Lochreiter wäre auch nicht schlecht. Einen Lochreiter, wo irgendwie beim Parken geht er runter und wenn er losfährt, dann geht er wieder hoch. So ein geländemäßiger Lochreiter. Wenn das geht. Hehehe. Wenn ich das hinkriege. Wenn ich nicht zu doof bin. Hehehe. Na ja. So, Oktober. Klappt es dieses Jahr noch? Es können nicht knapp werden. Wenn jetzt keiner mehr in den Urlaub geht, dann können wir es noch dieses Jahr klappen. Ansonsten, ah, das können wir sogar... Wenn die nicht die ganze Zeit Kaffee trinken wird, dann wäre es auch schneller. Oh, die Uhr, das da und da und da und da und da und da und aber ich glaube, das können wir heute schon noch promoten. Ach, ich habe ja gar nicht komplette, schnelle Geschwindigkeit. Ich dachte, wieso gehen... Machen die Soldaten am Arschig. So, Promote. Verzögerung. Verzögerung. Wieso schon wieder zu... Verzögerung. Null Bugs. Drei Bugs. Vier Bugs. Fünf Bugs. Äh. Äh. Ich dachte, er war fertig. Tick. Oh, Mann. Noch mal 223 mehr. So viel kriegst du nicht hier. Du kriegst gar nichts mehr. Pech. Es wird sie traurig sein. Mein Gehalt wurde gekürzt. Selber schuld. Und alle paar Minuten hier Geld fordern. Mache besser mal ein bisschen deine Skills hoch. Dann kriegst du auch wieder ein bisschen mehr Geld. Aber jetzt erst mal weniger. Die Hälfte. So kann man auch Geld sparen. Einfach mal kurz das Gehalt kürzen. Von 3700 auf 1900 runter. Jetzt kannst du kein Lamborghini mehr fahren. Jetzt musst du wieder so eine alte Schrottkarre fahren. Was du sowieso die ganze Zeit machst. Naja. Geht das Ding eigentlich irgendwann mal fertig? Ah. Fertig. Okay. Gut. Dann ist es ja da drin eigentlich schon drin. Betriebssystem wollte ich keins. Wir machen ein... Ein, 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 ein. Poser Game. Da könnte ich meine Dinger reinmachen. Dies da. Und... Dann noch... Das da. 2D Grafiken. Wieso keine 3D? Ich habe ein optisches Tool. 3D Architekt. Aber kann nur 2D Grafiken. Komisch, komisch, komisch. Qualität hervorragend. Lizenzkosten 0. Wie lange dauert's? 4 Leute ab mehr als ein Jahr. Oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Sollen wir das machen? Mehr als ein Jahr. Bei 4 Leuten. Da brauchen wir noch 2 Leute mehr. Den können ich auch gleich eine Gehaltskürzung reindrücken. Wie hieß das scheiß Ding jetzt? Game Inc. Game Inc. 2. 2D. Hihi. Game Inc. 2D. Game Inc. 2D. Wie war denn das da so? Äh, schlecht. Ich glaub, dann mach ich da kein so. Weil das können nicht jetzt. Dann wär das jetzt ein DLC oder so. Ein Add-on oder was weiß ich was. Aber ich glaub, das lassen wir original. Original, weil sonst kauft's keiner, wenn das ne Fortsetzung von nem schlechten Spiel ist. Obwohl. Einige haben's ja bestimmt gekauft. Und wenn's gut abschneidet, mach'n wir's doch einfach mal. Game Inc. und dann Game Inc. 2D. 2D hört sich doch schon für besser an als textbasiert. Textbasiert ist, dass man da reinschreiben muss. Ich will jetzt ins Ausklo gehen. Enter. Und dann geht er aus Klo. Wenn man das im realen Leben machen müsste. Also nicht im Computer-Dingst, da, weil so war's ja bis vor kurzem noch. Und bei Linux ist's immer noch so. Naja. Nicht bei allen Linux, aber bei manchen. Gibt ja mehrere Versionen. Killer Inc. shines with Soundarchitect. They say good things come in small packages. Soundarchitect is a beautiful piece of engineering. Wann hab' ich halt wieder Sprachfehler hier. Okay. Schocks Graphics. Hm. Ich hab' die Grafik geschockt. Mit... ...meinem... ...dings da ist. ... ...visuell Tool. Hm, 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 hm. So. 420.000 hab' ich. Wann... Hm, 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 hm. hier ja entwickeln gedrückt oder nicht passt doch alles so, oder? so, dann könnt ihr jetzt noch ein bisschen... Oh, das geht aber schnell! Heioioioioi Das hat nicht wirklich viel Gewinn gemacht Werbung, Radio, Zeitung, TV, starte! Ich will 55.000 Minus Vertrieb Bleiben uns knapp 50.000 übrig Das bringt nicht viel, vielleicht ist das Spiel dann irgendwann besser Die brauchen ein bisschen lang bei Netzwerk Dann schauen wir mal Design-Netzwerk, da ist gut, die da ist schlecht Ausbilden Design-Netzwerk Wobei das eklig vergessen kann Wo ist denn die... Ah, jetzt ist sie schon wieder im Urlaub, die alte Schnäpfe, die blöde... Mann! Gibt's doch nicht! Alle paar Tage geht ihr in den Urlaub, alle paar Minuten in den Urlaub Hallo, ich bin wieder da und bin schon wieder weg! Tschüss! Mann, 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 Mann... Und jetzt ist sie immer noch im Urlaub. Was geht die so zwei Monate in den Urlaub? Mann, die kriegt ja von mir gleich was in den Arsch geschoben. Dumme Schnöpfeblöde. Ist sie jetzt wieder nah? Nein, das ist, äh, doch sie ist da. Hä, die sollte doch zur Ausbildung. Sie war bei der Ausbildung. Okay. Dann können wir das gleich entwickeln. Und bam, bevor es wieder zu schlecht wird. Und Netzwerk, hm, so schlecht wie 2D, fast sogar noch schlechter. Netzwerk, Netzwerk, hm, 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 hm. Ist bisschen, nein, die sind gleich schlecht. Nein, die sind bisschen schlechter als die da. Die darf aber Ausbildung, Programmierer, 2D machen. Haben wir beiche? Schnell genug? Ja, die ist in der Ausbildung. Gut. Und du da? Hm, du bist okay. Du brauchst nichts machen, keine Ausbildung. Dann hoffen wir mal, dass das hier vorangeht. Schnell. So schnell, wie es nun mal geht. Wo ist die denn jetzt? Pfff, die ist schon wieder im Urlaub. Nein, in der Ausbildung. Zwei Tage lang? Ich hab doch einen Monat und keine zwei. Äh. Hö, 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 hö. So. Jetzt bekommst du vielleicht ein bisschen weniger als davor, aber immer noch mehr als da davor. Oder als, ja, egal. Bisschen mehr als davor, aber ein bisschen weniger als da davor. So rum. Hi. Netz, ja, quasi sind das Ankunftslaßung, ja. Bum, bum, bum. Brauchen wir auch mal wieder. Das da macht mir mal weg. Obwohl, da gab's plus. Hm, wurde wieder bisschen eine Lizenz verkauft. Und, wieso geht es eigentlich so lahmarschig da voran? Netzwerk. Netzwerk gibt's, ist, äh, sind die doch beide so ziemlich gleich gut. Und, da die da könnte noch ein bisschen Kunst, 2D machen und 3D und Audio, aber Programmierung, Netzwerk? Vielleicht liegt's einfach dran, dass wir zu wenig Leute haben. Also, noch einen. Maximal einen Programmierer. Und zwar, Netzwerk. War doch das, oder? Ja. Netzwerk. 900 Suche beginnen und... Schlecht. Die sind immer alle schlecht oder sehr schlecht. Wusste ich's doch. Immer das gleiche Problem. Der ist normal. Der Maynard George. Sehr schlecht. Sehr schlecht. Sehr schlecht. Schlecht. Maynard George wird, äh, weiß, was der war. Uh, ich hab's noch gar nicht nach Punde gesortiert, Dingens. Sehr schlecht. 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 Nein, sehr schlecht. Sehr schlecht. Hab ich schon. Normal. Hm. Ist aber auch nicht wirklich gut. Der Gary. Uh, gut. Gut ist gut. Das nehme ich. Einschlechen. Okay. Weg. Und dann lassen wir uns wieder laufen. Regi Torres. Der muss noch ein bisschen Design machen, aber sonst ist er gut. Also 2D. 2D und Audio könnte besser sein. Jetzt kommt noch. Jetzt ist er gleich da. Da ist er. Wenn ich weiß, er. Nein. Der da? Der da ist. Das coffee ist great. Hallo? Nichts. Du da auch nichts. Geht da was voran? Hm, jo. Bisschen schneller. Bisschen. Könnte besser sein, aber ist okay. Ich bleib doch mal hocken. Nix. Nix. Mein Computer funktioniert wirklich gut. Das freut mich aber. Oh, Promote. Jetzt noch kurz mal. Das reicht heute nicht mehr, auch das Ding da zu rauszuhauen hier. Aber heute. Heute machen wir das weg. Und zwar gleich. Bäm. Pause. Jetzt pennen die natürlich wieder. Jetzt lassen wir dem da gleich mal Ausbildung machen. Und zwar. Oh, der ist überall scheiße. Was brauchen wir auf jeden Fall? Was machen wir also? Nächstes überhaupt. 2D, System, äh, doch System, glaube ich. Nein, Netzwerk. 2D, Netzwerk. Und System. Wäre vielleicht gut. Auf jeden Fall mal System. Designer. System. Das da? Ein Monat? Das muss reichen. Okay. Braucht da noch jemand eine Ausbildung? Die da? Kunst. Kunst und Design. Nein, Kunst, Kunst. Einfach nur Kunst. 2D, Audio, 3D, 2D. Audio, 3D, 2D, Audio, 3D, 2D. Und du da, du da brauchst, äh, b-b-b-b-b-b. Kunst, Audio oder 3D. Wäre nicht schlecht. Also, Kunst, Audio. So. Gut, dann sind jetzt hier alle mal einen Tag lang weg. Ich werde das jetzt aber gleich mal... Ja gut, das überspringt gleich zwei Tage. Oh! Das ist abgegangen. Ihr Servers can't deal with the load from Game Inc. Ja, ich weiß, ich brauch' einen Server. Hm, 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 hm. Ja gut, ich kann nur bei dem Spiel jetzt keinen Server mehr reinmachen, oder? Doch, hier. Ihre Releases. Und zwar hier. Bum, 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 bum. Noch länger, noch länger, noch länger, noch länger, länger, länger geht nicht. Jetzt geht's länger. So, Details. Und zwar... Bedürfnisse, Franchise, hm? Doch nicht. Ich dachte, hier könnte ich noch den Server einstellen, aber scheinbar nicht. Details. Okay, das ist das erste gewesen. Das war... Bum, 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 bum. Popularität schlecht. Wahrnehmung vergessen. Ja gut, ist schon ein bisschen raus. Schon eine Weile. Lizenzkosten 351... Uh, 1080. Verlust 9000. Verlust 62.000. Hehe. Na gut, ich glaub', das hatten wir auch ganz am Anfang ganz allein entwickelt. Also kann der Verlust auch gar nicht so groß sein. Aber das ist beliebt und bedeutend und großartig. Das ist schlecht vergessen und schlecht. Einfach nur schlecht. Sehr schlecht. Richtige Scheiße haben wir da entwickelt. Aber das ist gut. Hm, blub, blub, blub. Ja, passt schon. Okay, einen Server können wir nicht mehr machen, aber bevor ich jetzt da das nächste Game entwickle, sollten wir einen Server machen. Wo machen wir da den Aufzug hin? Ich könnte hier einen Sektion ein... Nein, kann ich nicht. Ich brauche einen eigenen Raum. Hm, 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 hm. Oder ich mach' hier im Erdgeschoss nen Server hin, aber dann hab' ich die ganze Zeit das Gequalme. Dafür... Wobei, Gequalme brauche ich da gar keins, weil ich kann Lampen... äh, brauche keine Lampen suchen. Wie lang nehm' ich denn eigentlich schon wieder auf? Keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung. Raum bauen. Wie groß machen wir denn den Server? Raum. Hier sind das 6x8, 5x8, 6x8. Hm, blub, 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 blub. Machen wir mal 5x5. 1, 2, 1, 2, 3. Drei Reihen können dich reinmachen. Drei Reihen mit Servern. Joaah. Könnte passen. Ich mach' gleich mal so lang. 5x11. Dann passt mir rein. Mach' mir so. Hab' ja Geld. Ich hab' 1,2 Millionen schon wieder. Eieiei. Das geht hier ab. Na gut, jetzt hab' ich da ein Fenster. Ne. Das brauchen wir nicht mehr. Das Fenster brauchen wir nicht mehr. Aber wir brauchen hier noch Fenster. Hier kommt eine solche Tür rein. Oder können wir von hier. Da könnten wir. Oder von da. Da. Nein. Dann kann ich nämlich nicht zu Server hinstellen. Komplett von ganz vorne bis ganz hinten. Wenn die da rein müssen. Und dann müsste ich hier auch eins freilassen, damit die durchkommen. Wenn ich jetzt hier einfach eins freilass, dann hab' ich ein Server mehr im Raum. Ja gut. Ja, einer ist hin oder her. Ist doch grad egal. Hä. Wo mach' ich denn jetzt die scheiß Tür rein? Ja. 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 Kann man da einen Tisch direkt an die große Scheibe hinstellen. Hm. Mal gucken. mal gucken. Da. Einrichtung. Die Farbe mal kopieren. Oder speichern. nicht damit, äh. Nicht damit, äh. Nicht, dass... Oh, das geht. Nicht, dass hier wieder andere Formen drin sind. Wobei, das könnte ich eigentlich trotzdem machen. Andere Formen rein. Machen wir erstmal ein paar Tischchen. Hell genug ist's ja. Wobei, die Tische brauche ich doch gar keine mehr. Also... Oder? Nein. Nein. Brauche ich nicht. Dumm düh dumm düh dumm düh dumm düh dumm düh dumm. Düh lockdown. Habe ich jetzt alle? Ja, elf Stück. Da müssen's jetzt gleich 22 sein. Ja, und da müssen's dann 2 und 30 sein. 31. 31, ja. So, okay, gut. Alles weg. Und dann setzen wir erstmal ganz hinten den Server rein. Und zwar so rüber. Eins, zwei, drei. Wie viel brauchen wir denn da? Fünf machen wir mal, oder? Fünf. Fünf. Hm, machen wir da auch noch fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Noch habe ich über einer Million. Könnte ich sogar noch einen Server reinmachen. Mache ich aber nicht. Okay, ich glaube, das reicht. So. Könnte reichen. Könnte. Müsste. Könnte. Müsste. So, so. So, so. Jetzt reicht's auf jeden Fall. Server verbinden. Hm, Server eins lassen wir. Okay. Und Server fünf lassen wir. Die werde ich eh gleich wieder umbenennen. So, und dann nennen wir die... Hm. Wenn ich jetzt eh noch ein paar Spiele entwickle. Eventuell. Dann könnte ich die... Ja, Server null. Machen wir MMO. Umbenennen. Und das machen wir SCM. Was das auch immer bedeuten soll. Support irgendwas. Ähm, dumm, dumm, dumm. Hier, SCM. Server MMO. Kann man da keinen anderen Server nehmen. Nein. Wieso? 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 Das ist so kacke. Das ist richtig kacke hier. Wieso kann man da kein Ding ins anderes... Ding ins da... Ding ins da machen. Ding ins da. Ähm, ja. Was passiert, wenn ich da drauf klicke? Nix. Wie komme ich denn jetzt zu diesem Scheiß-Release da rein? Dumm, 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 dumm. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Und, ja, gut. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich aufnehme. Bevor es jetzt eine Stunde wird, werde ich hier Schluss machen. Und, ja, ich sollte es eh jetzt langsam mal hochladen. Sonst kommt es wieder zu spät. Oder so. Holen wir noch kurz eine Putze. Die darf man kurz durchwischen. Jetzt kommen die schon wieder zur Arbeit, die Hunde. So. Und dann machen wir hier jetzt mal Schluss. Wieso ist da grau? Der Typ ist grau. Eine Leiche haben wir hier. Ein Zombie im Büro. Die hat einen Arm gebrochen, so wie das aussieht. Da ist der Altbogen und da kommt irgendwas raus. Äh. Willst du nicht ins Krankenhaus gehen? Oh, auf der anderen Seite auch. Der nicht. Und der da auch nicht. Aber die da. Obwohl. Da ist nur ein bisschen eckig irgendwie. Hm. Keine Ahnung. Solange die Titten nicht rausgucken. Hehehe. Naja. Okay, dann bis morgen zur nächsten Folge von Softwank. Tschüss.